Ich hätte noch eine coole Brille aufziehen können. Die hält bestimmt eine Kugel ab. Den Kolpakken benutze ich da nicht mehr. Da kannst du gleich Papier anziehen. I first aim in the legs. When you have Kolpak, I shot in the... Komm jetzt mal hier ein bisschen was reißen. Wir haben zwei Runden sind überlebt. Egal wie, wir haben aber überlebt. Einmal habe ich zwar kein Gear bekommen, weil Escape from Tarkov sich dafür entschieden hat. Zu sagen, nee, heute nicht. Scuff Run wird heute nicht belohnt. Wir stürzen ab. Und wir haben zwei Raids gespielt und es ist zwei Meister Pizze. Also es ist das Game abgestürzt. Auch keine gute. Oh, lass deinen rüber. Zum scheiß Slenderman oder was muss ich jetzt die ganze Zeit deine scheiß Fresse angucken. Gott, ich will reinschießen in den Hinterkopf. Weil es einfach so komisch aussieht. Wie wenn du so eine Glatze hättest. Es sieht mega, wie so ein Ei irgendwie aus. Wie wenn du so ein Ei auf dem Kopf hättest. Oh Gott, ich kann gar nicht auf die Umgebung konzentrieren. Weil ich jetzt da deinen Kopf angucken muss. Wie du so rennst. Ich bin außer Atem. Ja, ich auch. Aber gleich kannst du trotzdem rein. Wieso zeigst du meine SRS als halb voll an? Was ist denn die Scheiße? Weiß nicht. Gott, wie es aussieht, Mann. Von der Seite sieht es aus wie so ein Alien-Kopf. Der kommt trotzdem rein. Okay, ich komm. Ich bin unterwegs. Bist du schon vorne oder was? Ja, ich check jetzt den da ab. Wo bist du? Kommt weg, vorne, rechts. Treppe eine rein. Treppenhaus eine rein. Ja, ja, ja. Da ist ein Asch oben nochmal einer. Lade gleich nach. Da hinten an den Ding ist einer. Äh, ne Tank. Ist denn die Links tot? Ja, ja. Du musst aber jetzt schnell machen, falls von hinten gleich einer kommt. Ich lade kurz nach. Also ich habe hier, glaube ich, eine Dingmaske vom Chasen. Du bist konzentrieren, oder? Ja. Oh Gott, gib's hier her. Hinten einer. Kabeldrommel. Weg. Weil ich haust dir hier hin. Gib hier. Ist das wie Helm, oder was? Äh, nein, wie, äh, Gesichtsschutz. Ach so, okay, nice. Was? Gott, ich will mich angucken. Wo bist du? Hallo? Ich bin parallel zu dir. Du warst gebüsch gerade, oder? Ja. Ich bin rechts außerhalb des blauen Zauns. Bist du im Loch, gell? Ja. Lauf parallel zu dir. Geh kurz rechts außerhalb da. Gucken. Geh durch den kleinen Arsch, äh, Durchbruch. Ja, ich renne rechts gerade. Schüsse. Ähm, wahrscheinlich Ding. Dorms. Ich geh durch den Container hin. Schüsse nah. Weich, 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 weich. Äh, sie hat getötet. Bin Container. Ich guck Richtung Bus. Seh nix. Hab aber auch kaum View. Ich geh raus. Pass auf Brücke auf. Ja, ich guck gerade Brücke durch. Seh nix. Wo bist du? Äh, vor Eingang Ding. An der Mauer, aber gegenüber. Ich geh vor, vor Richtung. Ich bin an der Straße unten am Truck. Ich komm. Von hinten. Oh Gott, dann hat er sich so eine scheiß Mütze aufgesetzt, oder was? Oh Gott. Ich muss mal aufpassen. Schießt irgendwo links, glaub ich. Es ist leicht durch ein, äh, Ding durchschleicht. Durch ein, äh, Factory durchschleicht. Durch ein, äh, Factory durchschleicht. Schießt auf. Ja. Ich komm. Mach zu. Mach zu. Mach zweite auf. Wo bist du? Kack aus, raus. Hoppa fuck, Alter. Wo waren die? Hinter uns. Also Ding vor uns. Nein, an der Brücke. An der Brücke. Zur Tankstelle. Oder hinten an der Brücke. Nein, nein. Ja, direkt an der Brücke explodiert das. Hinter uns. Außer halt. Da ist einer oben auf der, auf, auf der Brücke. Warte mal, ich versuch. Scheiße, wenn ich jetzt einen Scope hätte. Wie kann der nicht sterben? Hat der eine scheiß Panzer um, um den scheiß Bauch gebunden, oder was? Ja, warst du den? Ja, an der Brücke den. Ich hab dem einige Schüsse gegeben. Warte. Mal, ich versuch. Was? Scheiße, wenn ich jetzt einen Scope hätte. Ich sehe ja nicht, wie viel ich genau dem jetzt gegeben habe. Ja, aber Brustpanzerung muss auf jeden Fall safe down sein, wenn er was anhatte. Was ist das, warum ich jetzt einen Scope hätte. Fertig.